so weiter geht es haben wir ein schönes hier noch das kartell nutzt eine kleine u-boot flotte für den schmuggel nach florida finden und versenken sie sie jetzt wieder so nur gut für viele nicht mehr lange es explodiert wieder irgendwas das können nichts gutes bedeuten da hinten ist noch eine waffenkiste habt ihr das gesehen ja haben wir noch fahren ich bin noch kein fahrer Da bin ich wieder. Ja. Jetzt haben wir noch ein Waffenteil. Was ist hier oben, muss man sagen. Waffenteile, perfekt. Oh, SR-25, Scharfschutzgewehr, hier oben. Warte mal kurz. Ich bin jetzt gerade bei dem Ort, wo unsere eigentlichen Missionen, die wir eigentlich machen wollten, ist. Ja, also falls ich mal ein neues Scharfschutzgewehr brauche, hier oben ist noch eins. Also, warte mal, da komme ich zu dir eben kurz rüber. Drei Ziele identifiziert. So. Ich habe eins von Sererabros U-Booten. Also Augen auf und nichts wie weg damit. Da ist was U-Booten, was wir zerstören müssen, ne? Mhm. Ich glaube, ich könnte von hier oben drankommen. Dass wir da gar nicht rein müssen. Ich muss mal gucken. Ja, mach mal. Warum sind die jetzt schon wieder alarmiert? Weil Käff jemanden umgebracht hat und das wurde beobachtet. Ja. 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 ich finde es ja gut wir kommen jetzt man scharf jetzt ist weg aber dafür werde ich gerade von so einem maschinengewehr typen gejagt ja wir werden aus dem rücken gejagt ja wir konnten einfach abhauen das wird noch mal machen müssen richtung süden das nie auf der map meine ich richtung süden na ich bin da geht mal weiter geht ohne mich lasst mich zu raten wir vor schnell weg lass mich einfach hier liegen lass mich einfach nach was aber nicht hier wir retten einfach sich an zeli so ich bin auf dem weg zu mir die wir sind schon da also können wir uns jetzt haben wir das nächste hier oben keine dinge bewegt sich dienst der hat sich gut bewegt heute das wird keiner wissen kämpfe bootfahrt bei booten sind hier ist ein bootchen ein bütchen körper ich mache das nicht die jagen uns die sollen lieber den jagen da unten ja der hat es schon gehört ja ja der pfeil links der kleine ja gut da gebe ich könnte sonst mit dem heli relativ leicht gehen mit dem mit dem kanon und so mit dem mit dem raketen und ich mit dem heli glaube ich ja das glaube ich unbewaffnet ja ich hätte das ja noch mal versucht hier mit dem mit dem mit der wärmebildkamera ja wir können mal gucken was aber versuchen ich würde ja eigentlich noch gerne aus welches existiert er wird mal spielen das wäre nur sechs und was und bis unten auf der karte ist das ist unten rechts fallschirm 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 ja egal diesmal nicht zerstören wir sollen es finden und kapern explodiert irgendwie hat da immer noch einer durchfall so wie das klingt ja der will getötet werden eigentlich wird das was wir machen alle nur der vollständigkeit halber das war immer vielleicht auch was gutes dafür vielleicht sollten wir uns da reinschleichen ohne dass wir entdeckt werden das ist keine gute idee ja das ist gut es passiert nicht jeden tag dass man einen versorgungsliegen klaut und den rebellen schenkt das ist okay warte mal vermutet dass der heli dass das boot dahinter ist habt das boot ist in dem hangar so sitzt du in deinem place nein wieso sollte ich das nö weil es so quietscht im hintergrund also das war meine freundin die sich bewegt hat die liegt da wie im bett quasi was quietscht denn da so dass man eine freundin die sich hinter mir bewegt hat das ausschaut ist ausschaut musst du wieder für fantasien und für idee war ich bin am ubo dran okay frage ist jetzt nur hier sind zwei typen ich riski das jetzt mal soll ich mal die gefangenen freilassen ja warte mal kurz bevor er die freie lässt ok weil dann stand stimmen wir direkt los ne ok ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab keine ahnung wo ich bin ich sehe nicht ich bin gestrandet ich bin gestrandet weiß nicht mehr auch so ein scheiß ach ey das müssen wir im hellen machen man sieht es im dunkeln du siehst nicht wo du hin fährst hast du keine nachsicht kamera doch aber auch da hast du kaum was gesehen durch den regen und so aber so war es ja schon mal nicht schlecht was wird hell ne ich weiß nicht noch ein ladebild schon was gibte ich mal raus wie es nachgeschmackt das ist noch ein tango setzte drohne rein ich bin schon wieder auf dem weg zum u-boot okay kann auf einer von euch eben markieren eventuell ja bitte drohne wenn dabei die gegner drumherum wäre auch super ja da bist du drei stück wahrscheinlich sein sie ist heute noch nicht umgelegt ich kann keine gewohnung starten ich sehe ein na ich versuch's bis jetzt bin ich noch unbemerkend meinen kids hat einen treffpunkt am fluss eine alte hütte für die kann jagd das teil ist ganz nett ich bin jetzt schon wieder so schlecht ich bin bloß 22 jährige abschneppen glaub ich gern nur blöd dass die nicht auf dich stehen das ist echt zu scheiße ich weiß nicht wo ich hin muss ich habe die gewünschung auf die karte Soll ich hier eben auf euch warten, dass ihr mit könnt? Na, wir können auch einen Eingesport nehmen, wir sind gerade unterwegs für einen. Und mir wird es... Und jetzt bitte ich mal, sieht es hier so scheiße. Ja, genau. Ich sehe nichts, ich sehe echt nichts. Warte, wo bist du denn? Ich muss hier Slalom fahren. Warte, ich mache mich auf den Weg zu dir, wo bist du denn? Ich hänge hier irgendwo fest. Ach, da bist du, okay, ich sehe es. Ja, ich sehe nichts mehr. Ja, bleib einfach da stehen, einfach da stehen bleiben. Du bist jetzt praktisch genau in der Schneise, einfach nicht weiter vorn. Nee, die ballern auf mich. Die ballern auf mich. Ja, das ist hier hinten nicht ganz einfach. Rechts. Rechts? Ja. Nicht so weit, ja genau, genau, weiter, weiter, weiter. Rechts, 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 rechts. Vorsicht, da kommt ein Steg. Da komme ich nicht durch, hier. Hier muss ich schon da. Okay, ich bin aufgesetzt. Ich sehe das Ziel da. Pass auf, da kommt eine Heli auf dich zu. Boah, wie sie sehen, sehen, ich sehe echt, ich sehe nix, ne? Wenn es blitzt, dann ist super. Alter Predator, ging es nicht auf den Sack mit deinen Verstopfungen. Eieieieiei. Ach komm, komm, komm komm komm. Ja, ich versuch's bei der Einzugarten. Ja. Sehr cool. Hui. Was haben wir durch die abgefangene Ausrüstung und LZ-Rettos-Bootenepf Extremadura? Was war jetzt aber auch kurz vor Exitus das Wort? Mm. Ich habe, weißt du übrigens, wie ich dich geleitet habe, mit der Mad? Okay. ich habe einfach die net aufgemacht und die gesagt ich habe mich echt gesehen ich bin gerade unterwegs zu dir ich habe das ist das gut bei der faktisch abgehauen so ich bin jetzt auch noch so wie jagt ich habe ja gesagt dass die auf dem weg dort drin ja die scheinwerfer natürlich auch recht geil zum vorn ich habe hier ein heli vor mir ja ist klar mich sieht er jetzt oder was will er mich verarschen stirb los hau ab du ich hoffe ich bin auf dem richtigen weg zu euch ich habe ihn sehr schön sehr gut habe ich nicht gesehen wo du warst jetzt so weiter schiffen wir haben wir noch nicht mehr da bis dahin so ich bin ja jetzt müssen wir nämlich den boss besiegen was da oben steht ja was oben links steht ja habe ich schon gesehen als ich ein bisschen durchgelesen oder dicks zu werden alles klar oh ja das klappt ich bin ja